Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute startete ich meinen Tag mit der Z-Line auf dem Serverkugel. Der Tag war mal wieder wunderschön und perfekt für Freitag. Falls dir unser Content gefällt, das gerne eine positive Bewertung und ein Abo da. Dies würde uns sehr freuen und vielen Dank für die 100 Abonnenten. Sobald das Festival fertig ist, werden wir es auch nur hochgeladen. Das Z-Line ist ein roter ungefähr 3,4 Kilometer langer Singletrain mit Surzelpassagen, North Shore Elementen, Wall Rides, Maschine Jumps und Drops. Und dadurch, dass alles zusammen ist, wird der Tray echt spaßig. Als ich den Tray jetzt erstmal gefahren bin, fand ich, er kommt ein bisschen so wie ein schwarzer Tray vor. Und nachdem man ihn ein bis zweimal fährt, wird er deutlich leichter und dann braucht es sich auch mehr so. Ding. Okay. 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 Wie hat es gemein? Ja. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Whoa. Oh, yeah. 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 Ich habe mich sehr glücklich gemacht. oh Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017